Die Omas durften sie dagegen in Eigenregie über die Straße bringen. Alle diese Pflichten wurden ordentlich in entsprechenden Papieren registriert. Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, zehn Omas pro Monat waren geplant, acht wurden geduldet. Deswegen lauerten die Pioniere oft am Ende des Monats an großen Kreuzungen und so manche Oma musste gleich mehrmals hintereinander die Straße überqueren, auch wenn sie gar nicht auf die andere Seite wollte. Die Opas warteten derweil an der Ampel. Wenn ein Pionier sich nicht an die Regeln hielt, wurde er aus dem Verein ausgeschlossen und zum Oktoberkind herabgestuft. Für so manche zarte junge Seele war das eine echte Tragödie. Die ausgewachsenen Pioniere dagegen wurden mit der reichen der Volljährigkeit vom Halstuch befreit und zu Komsomolzen ernannt. So ging es immer weiter, bis unsere Diktatur plötzlich kollabierte und Millionen alte und junge Pioniere quasi über Nacht aus der Pflicht entlassen wurden. Ein Schock. Die Omas hatten keine Angst mehr, über die Straße gezerrt zu werden. Altpapier und Metall wurden fortan von parteilosen Erwachsenen gesammelt und für teures Geld ins westliche Ausland verkauft. Die roten Halstücher und Abzeichen erwarben amerikanische Touristen. Keiner Seele weinte der Diktatur einer Träne nach. Auch die Jugendvereine vermisste niemand wirklich. Sie hatten unser Leben nur äußerlich geprägt. Es war nichts weiter als ein Spiel mit dem Staat. Die wirklich ernsten, grundlegenden Fragen, die jeden Pionier und Komsomolzen beschäftigten, hatten nichts mit den staatlich organisierten Vereinen zu tun. Das waren die ewigen Fragen. Sehe ich gut aus? Warum hat der eine Freundin und ich nicht? Und wenn ich eine hätte, wo würde ich mit ihr hingehen? Im Sozialismus wohnten die Menschen eng zusammen. Nur selten hatte jemand eine älterenfreie Bude zur Verfügung. Ich weiß noch, als meine Eltern am 19. April 1982 für eine Woche an schwarze Mia fuhren und mir zum ersten Mal die Wohnung überließen. Ich durchlebte gerade eine schwierige Phase. Zwar trug ich schon einen Schnurrbart, war also kein Jungpionier mehr, aber noch immer eine Jungfrau. Jeden Tag ging ich in der Stadt spazieren, ich ging ins Kino, ich ging in den Park, ich ging sogar in den Zoo. Dabei lächelte ich unbekannten Gleichaltrigen zu, ich signalisierte ihnen, älterenfreie Bude. Ich hatte das Gefühl, in dieser Woche würde etwas sehr Wichtiges passieren. Es passierte aber nichts. Am vorletzten Tag meiner Freiheit rief mich Alexander, ein ehemaliger Mitschüler an, der in unserer Klasse als Macho und Mädchenschwarm galt. Ich habe zwei super Schnecken aufgerissen, wir fahren jetzt zu dir, glückste in den Hörer. Hast du Geld, kannst du etwas zu trinken kaufen? Etwas zu essen wäre auch nicht schlecht, ergänzte eine weibliche Stimme aus dem Hintergrund. Ich nahm das ganze Geld, das ich besaß, und rannte damit in ein Geschäft. Dort kam ich ins Grübeln. Ich wusste nicht, was super Schnecken gerne trinken und essen. Für alle Fälle kaufte ich alles, was irgendwie verführerisch wirkte. Eine Sahnencreme-Torte, Schneewittchen, Schmelzkäse, fünf Büchsen Sprotten, Bier, Wodka und drei Flaschen süßen Portwein. Zu Hause packte ich das Ganze auf dem Küchentisch aus, zog mir ein sauberes T-Shirt an und wartete. 30 Minuten später kam Alexander mit zwei Mädchen. Die eine hieß Vika, sie war sehr groß und dick. Die andere hieß Julia und war genau das Gegenteil, sehr klein und dünn. Wir saßen in der Küche am offenen Fenster, die Mädchen aßen schweigend die Schneewittchen-Torte mit einem Gesicht, als hätten sie nur wegen dieser Torte den weiten Weg auf sich genommen. Mich würdigten sie keines Blickes. Ich konnte nichts essen, wegen der Aufregung, deswegen trank ich nur. Schnell war alles, was ich für die Party eingekauft hatte, vernichtet. Die Mädchen gingen auf den Balkon, um eine zu rauchen. Welche willst du? fragte mich Alexander. Mir egal, ich überlasse dir die Wahl, sagte ich, kam dann aber doch ins Grübeln. Na gut, in Ordnung, unterbrach Alexander meinen Gedankengang. Ich sehe schon, du stehst auf die Große, kann ich verstehen? Kaum hatte ich Luft geheult, um ihm zu widersprechen, war er schon in Richtung Balkon verschwunden. Eine halbe Stunde später saß die kleine Julia bereits auf dem Sofa. Alexander flüsterte ihr irgendwas ins Ohr, sie reagierte nicht. Die Große Vika hockte auf dem Fensterbrett in der Küche und spuckte aus dem Fenster. Ich stand neben ihr und fühlte mich unglaublich blöd. Es wird heute bestimmt noch regnen, meinte Vika. Ja, bestätigte ich. Hast du noch etwas zu trinken? fragte sie. Ich suchte nach einem Flaschenöffner für den Wein. Echte Männer machen das anders, meinte Alexander und versuchte der Flasche mit einem Küchenmesser den Hals abzuschlagen. Es ging daneben, eine große Portweinfütze bildete sich auf dem Balkon. Ich plünderte die Alkoholreserven meines Vaters. Julia verkündete laut, es gehe ihr schlecht, sie müsse sofort ein Bad nehmen. Ich komme mit, japste Alexander und lief hinter ihr her in Richtung Badezimmer. Ich will nach Hause, ich bin müde, sagte Vika und ging ihren Mantel suchen. Im Korridor lehnte sie sich an den Schuhschrank, der sofort zusammenklappte und auseinanderfiel. Vika zog ihren Mantel an, setzte sich auf den Boden und schlief ein. Ich setzte mich daneben und überlegte heftig, wie ich die Sache mit dem Schuhschrank meinen Eltern plausibel machen könnte. Die einzige Losung, die mir in den Sinn kam, war, den Schuhschrank ganz verschwinden zu lassen. Das heißt, ihn auseinanderzunehmen und in kleinen Stückchen vom Balkon runterzuschmeißen. Dann konnte ich meinen Eltern gegenüber behaupten, den Schuhschrank im Korridor habe es in Wirklichkeit nie gegeben. Die große Vika wachte auf und half mir beim Schuhschrank auseinandernehmen und runterschmeißen. Danach verteilten wir die 40 Paar Schuhe aus dem Schrank gleichmäßig in der Wohnung. Aus dem Bad hörte man Wasserplätschern und Geheul. Die Tür war von innen verschlossen. Als meine Aufforderungen, die Tür zu öffnen, ohne Antwort blieben, bat ich meine große Freundin, die Tür auszubrechen. Sie tat das mit Freude, gleich beim ersten Anlauf brach die Tür in die Mitte durch. Ein Bild des Grauens erschien vor unseren Augen. Die Reste der Sandcremetorte Schneewittchen mit Sprott und Schmelzkäse, Schwarzbrot und Bier vermischt schwammen in der Badewanne. Mittendrin saß Alexander, voll angezogen, mit geschlossenen Augen. Juli begossen mit der Dusche und sang dabei ein mir unbekanntes, sehr trauriges Lied. Mir kamen die Tränen. Vielen Dank, dass ihr alle zu mir gekommen seid, sagte ich und umarmte alle nassen und trockenen Anwesenden.